Wir wollen mit euch besprechen, wie die Schritte in Rheiner aussehen können, die Schritte hin zum gemeinschaftlichen Wohnen. Und das mit einem absoluten Experten auf dem Gebiet. Micha Fedrowitz, nämlich unser Referent am 22.11. im Centro San Antonio von 17 bis 20 Uhr, wo wir mit euch sprechen wollen, wie es in Rheiner aussehen kann, dass wir dieses Ziel gemeinschaftliches Wohnen rein etablieren, hinbekommen können. Wir freuen uns auf euch.